kämpfe um dein leben im feuersturm einem roya dennis wir wollen sie mal testen na hier jedes spiel beginnt mit einem fallschirmsprung bei der riesigen offenen welt wähle deinen landepunkt mit bedacht landmarken können viel beute bringen aber auch gefährlich sein ziele und sind über die karte verstreut ist das jetzt also das sind die zwei menschen wollten wir spielen wir spielen ein und das nach dem normalen modus über auf einmal jetzt so hier diesen bettorial hier erster mit der folge ja ja voll sturm testen sie mal die materialmodus in den spieler nicht als es fast wie bei diesem fallout äh, 67, äh, 76, äh, ist. Am meisten so die, äh, so die Company wusste schon doch so, dass es richtig buggy ist hier. Warum machen sie noch einen Battle Royale-Modus? Nicht, das ist die Frage. Das macht gar keinen Sinn, einfach ein verpackten Spiel, nur noch einen Spielmodus reinzupacken. Äh, 3 Minuten zu warten, wenn sie mich vermisst. Erstmal schlafen. Jetzt. Also warten, das ist noch ein bisschen Zeit. 3 Minuten 38 hat sagt er mindestens so weit 1.45. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich episch ist. Es sieht, äh, beschissen aus. Was denn? Guck mal in den Shop rein und dann siehst du einen Flugzeug namen, so mit dem, äh, Skin drauf, namens Scheibe. Und das sieht hässlich aus. Mann, Mann, der Shop. Was ist jetzt? Äh, bei Arsenal. Ja, Storm. Und guck mal gar nicht, äh, dann scroll mal so weiter nach rechts hier. Oder gehen wir nach rechts hier, also war vorgestellt. Und siehst, da siehst du einen hässlichen Flugzeug hier mit Punkten. Hm. Erstmal grün. Umgeblün... Eine Wildnissammlung, was? Achso, okay, die. Was waren die? Mit Upgraded. Na, sowas. Alter. Ich will diesen Modus mal spielen. Man findet sie eigentlich eine Runde. Ja, Bruder, ich versteh's auch nicht. Am meisten. What the fuck is das? Was haben sie mit der... Ist das die Lewis Gun oder was ist das denn jetzt auf einmal? Ja, das ist ein V-Go. Okay, das ist ein V-Go. Also, das ist der kleinste... Ding hier. Ah, die Tommelsen, die, mein Susanti sind ohne Scheiß ausgefüllt. Knochensäge, mhm, lecker. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich da... Hm? Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich dafür lohnt, eigentlich nicht so wirklich. Okay, das sieht dir, sieht etwas besser aus. Okay, die Waffe von hier aus sieht's scheiße aus. Aber die Skins, die gehen eigentlich. Okay, hier... Oh. Kein passendes Spiel gefunden. Herr Klaas? Mhm? Wir haben keinen passenden Spiel dafür gefunden. Es gibt zwar besser dorten. Oh, fast dieselben. Komm, ich kann kurz warten, bis jemand was findet. Okay. Oh, die Motor hat sofort gefunden. Alles klar. Und das ist diese Map. Das ist diese Map. Diese Map, diese Map. Nice. So. Pfff, und es ist schon bei einem bereits gestarteten Runden. Wir haben den ersten feindlichen Soldaten in der Nähe. Wohlt aber auch nicht. Jetzt ist es erst so ein... Erst feindlichen Soldaten in der Nähe. Oh, Gott, es lags. Oh, Mutter bei mir lag, dass ich jetzt. Oh, Mutter bei mir lag, dass ich jetzt. Oh. Ich hab vergessen. Also, wenn du das immer so rumstartest. Also, das ist kein Gegner. Also, das ist kein Gegner. Also, das ist kein Gegner. Hande zerstört. Also, das ist kein Gegner. Oh. Ich hab dich nicht mehrISHEN. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ah, okay, ist weg. Egal. So ein Vollbastard hat sich in eine Ecke gecampt. Ich bin bei dir gespawnt. Aua. Da unten kämmt jemand. Das war jetzt. Ja, ich muss erstmal nachladen. Also noch vier Sekunden aus. Wir haben Ziel, Emilio, Obersoldaten. Bin jetzt bei dir? Bäh. Schatken aus der Ferne gekriegt. Geil. Alles wieder gut. Äh. Aber das kommt nicht Fötsche. Ah. Aber da, oh Gott. Krieg ich auch, wenn ich dann nochmal... Oh, Leute. Ja, ich, ich, ich weiß so ein Panzer. Mit dem Hammer. Genau. Alle Einheiten, Ziel Bertha ist für uns verloren. Richtig geil. Hm. Also das ist deren Gebiet hier. Hm. Das ist wie ein Spaziergang hier. 7 kills, 0 Tote. Hm. Frag mich, wie das kommt. Alles mit Shotgun. Wissen Sie sind eigentlich trotzdem. Wissen Sie sind entlang für uns. Geil. Gilber, geil. Wissen Sie sind gut. Ich bin schon gut. Wissen Sie sind nicht gut. Wissen Sie sind nicht. Wissen Sie sind nicht. Ich habe ihn noch gesehen, ich bin auch hinter dir. So. Oh, jetzt kommen sie hier. Jo. Die Hälfte ist geschafft und wir haben die Oberhand. Ist das Munition für dich? Die Leute gequält? Bruder. Was geht's? Was ist die anderen jetzt? Haben sie vergessen, dass ich wirklich schlecht in diesem Spiel bin? Ja, bei mir genauso. Wir haben ihn. Das ist gefährlich. Aber der Robot. Ich brauche... Ja, aber der Robot. Okay, diese Shotgun ist nicht schlecht. Okay. Okay. Mist. Was ist der? Nice. Heilelige Scheiße. Oh mein Gott! Wie habe ich das überlebt? Wie zum Fick habe ich das überlebt? ich hatte es in komischen art und weisen das noch überlebt wir haben jetzt die kontrolle über ziel antwort also meine nase okay das ist unser panzer was sind wir jetzt nicht mehr wissen amerikaner warum hat der also das ist ein amerikanischer panzer ich dachte es ist ein japanischer panzer als jetzt in unserer hand mal ziel alter Die Cäsar ist verloren Alter, hier kommt die Kameraderie oder was? Alter, ich bin zu hier Ja, natürlich Die Kriegesrufe von Amerikaner Das sind keine Indianer, das sind die Amerikaner, weißt du? Oh, das ist ein Sniperer Oh Gott Jetzt bin ich mal gestorben Gut gemacht, Ziel Cäsar gehört uns Okay, hier sind welche Okay, hier sind welche Das sind sehr, sehr viele von denen hier Oh, was macht er? Alter, wie? Komm her Komm her Ja, mach ich auch Oh, okay Oh Gott Oh Gott Das war das, ich lande nach Okay So lange wir jetzt die Cäsar haben, haben die eigentlich nicht die Chance Wir haben die und die Ja, aber die müssen dann Cäsar vorbei ohne zu mir in die anderen Die Rechte in deren Richtung jetzt Versuch die mal zu flanken Oh Alter, er hat die gemessert Oh mein Gott Alter, das wird so geil Erstmal einmal gemessert Und dann wurde der Typ, der ihn gemessert hat, noch wegbombardiert Hallo Wenn der Medic ist Medic Das sind Snipers und Angreifer nur bei mir Heilige Scheiße Okay, dann Dein hat schon 17 Kills und 13, aber 13 Tote Du hast nur normale Werte, keine Hacker-Werte Das ist zum Glück noch normale Werte Ich hab 14 Kills und 2 Tote Das war ein Kill Oh, Junge, die Shotgun ist gut Das ist eine fast halbautomatische Shotgun für mich Junge, die Shotgun ist gut Das war eine Mine Das war eine Mine Hallo Ey, guck nicht da unten Das ist meine private Stelle So, du Leck hier Ich bin ja fast tot Nur einer Pair Keine Medic-Sachen Achso Haben wir irgendwo einen Medic? Ja, irgendwo 1, 2 3, nee, 3 Das sind drei Medics Alter, das sind So wenige Medics, Junge Ja, hier sind die Ja, guck mal, hier sind die Ja, hier sind die Ja, hier sind die Oh, komm her Das war brutal Oh, Junge Ich hab einfach den Schwert aufgedroschen Oh Gott, da war ein, da war ein Sniper Das ist noch ein japanischer Soldat Das sind noch hier, welche Soldaten da noch Ja, okay, warte Achtung, Ziel Cäsar ist verloren Was ist jetzt hier, das verloren? Wie jetzt? Schon der? Ja, wir sind noch Cäsar Was sind wir jetzt? Alter, wir sind sehr weit weg Ja, ich, ich erinnere gerade den Thron, weil den Thron Du kannst den Umweg ganz lang laufen, um den Thron zu gewinnen Weil wenn hier jemand wird, kommen wir jetzt mal hinten Na, müssen wir noch hier Oh, wir haben gewonnen Wir haben gar nichts mehr machen Ein Sieg America Wieder eine Stunde schreibt, America Okay Guck mal, wie viel Cäsar ich gemacht habe Nur mit einer Shotgun Okay, einmal war ich noch mit einer Pistole Aber am meisten mit dieser S. Jürgen-Schrurflinte Weiter Oh nein, diese Map Da ist so viel See Das ist viel zu viel See Aber du hättest es mal sehen sollen So wie ich einfach den einen Typen mit dem Schwert immer weggedroschen habe Und der hat mich noch so blöd angepuckt Und da sag ich zu ihm Und da sag ich zu ihm Guck mich an, bevor du stirbst Ich versuche nochmal, Sniper zu spielen Ui, viel Spaß Da ist die Irse Spitzhacke Irse Spitzhacke Wo ist das so mehr nach Okay Das ist mehr nach sein japanisches Ding Alter, meine Augen wieder Oh Gott Das ist so viel So viel Seh Hallo, Daniel Kletcher Wurde wieder eine Medic und ist noch begrüßt hier Das finde ich geil Alter, wie viele Ziele sind das da vorhin So ist es im Krieg Die schicken tausende von Männer Um andere Männer zu kämpfen Weißt du Da gibt es keine Frauen An denen ist der Modus, heißt Pacific Creek Ja Ja, das ist die Map Ja, der Modus heißt Der Modus heißt Der Modus heißt Pacific Ich wollte mal einen anderen Modus Das heißt aber ganz der gleiche Modus Achso, okay Also wir kriegen jetzt nur noch zu diesen Maps hier So, wo Japaner gegen Amerikaner kämpft Geil Ja Wie denn? Oh, Japaner Ich weiß nicht, was er gesagt hat Aber Also das ist japanisch Ich werde da auch lieber hier irgendwo ein Funkding machen Kannst du es so machen Guck mal, alle von denen eroberten schon Ich mach mal hier in dem Gebüsch und ein Funktor Also ein Funkzieht halt Ja, Funkzieht keine Wenn es den nicht Funkzieht Ziel Emil gehört jetzt uns Oh, das ist ein Antiflugding So, jetzt haben wir eins mehr als Ja, wir sind eins hier Oh, Alter, okay Das ist sehr schwer, das zu treffen Oh, da ist ein Panzer Ey, noise Geil, da ist ein Panzer Come on Panzer haut ab im Bus hier Wo ist der Panzer? Der haut ab Ah, okay Wir haben auch einen Panzer Heilige Scheiße Einmal getroffen Noch einmal Noch einmal Noch einmal Nicht getroffen Oh Aber noch ein Panzer Lassen wir noch zwei Panzer Habe einen davon getötet Habe einen davon getötet Okay Fuck Der war so low Und ich hätte nicht so diesen einen Schuss verfehlt Der Medic Kein Medic Kein Medic in der Nähe Warum noch immer Wir haben so wenige Medics auch gefühlt Wir haben fast gar keine Medics Sniper Medic Okay, das ist Medic Da ist ein Medic Vier Fünf Medics Sind da Gefühlt ist da gar kein Medic Oh, da ist der Panzer Heintlicher Panzer Das ist irgendwo Also schon Also von Richtung B Auch auf der Brücke Gefühlt Und das ist ein Artillerie Ding Oh, er hat mich gemessert Ach, oder ich werde die lieber nicht zum letzten Ding 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 Wir verlieren Sie Dora Mal sehen, ob das noch ein Bessere Ah, ich bin das Papier Oh, das Papier jetzt Alter, was für Kämpfer, die Feinde Ich habe den letzten Eck schon wieder Ja, was hast du denn gedacht Hier ist ein Funkding Okay, das tut mir jetzt schon leid Das tut mir jetzt schon leid Das ich zu den Kills gestohlen habe Das tut mir jetzt schon leid Das ich zu den Kills gestohlen habe Das war ne Mine Gefühlt's, ja Aber das waren nur zwei Minen Zum Glück Also einmal bei der anderen Map Und einmal so in diesem Map jetzt Lief Komm Wie bist du jetzt? Und jetzt findest du Oder Du ver preventing Aus Gut Ab 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 Das war ein. Da ist noch ein anderer Typ im C. Ich weiß noch nicht mal, wo der eine Typ ist. Oh. Vielleicht hätte ich doch eine Panzerwüchse nehmen sollen. Ne, Panzerwüchse mag ich jetzt selbst auch nicht. Aber jetzt muss man am Liegenden bleiben. Ah, ne. Das ist mal. Alter, wir würden dir sowas von Haus genommen. Ah, da ist noch mal ein Panzer. Okay. Das ist mal ein Panzerwüchse. 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 Oh. 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 Ich werde mit Tode 7 sein, nicht welcher Panzer von mir schafft. So, welcher Panzer? So, jetzt C und... Also A bis C. Wer ist... Welcher jetzt ist davon... C. 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 Es ist C. Ich werde mit Tode 7 sein. Die Japaner haben nur so zwei Panzers hier geführt. Weiß ich nicht, die haben wirklich zwei Panzers. Die hätten mehr Auswahl gemacht, aber... Okay. Oh. Die Hälfte ist geschafft und wir haben die Oberhand. Oh. Oh! Ich bin der Mann! Ich habe einen, das war das mit ihm. Ziel wird noch erobert, aber das sind zwei Gegner bei uns. Zielwerfer ist jetzt in unserer Hand. Dankeschön für den Follower, das Player. Oh Gott. Schafft das schon. Oh Gott, ich wurde weggesniped. Er ist ein Wursch. Alter. Ja. Da ist doch ein Panzerbar A. Oh Gott, das ist ein Sniper. Sniper, 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 Sniper. Das ist auch ein Sniper, der schon sich gezielt hat, ne? Ich habe auch gesehen. Ich habe erst mal diesen Schein hier gesehen. Dann dachte ich, oh Gott, ich bin gepackt, wenn du mich siehst. Boah, da ist mir sehr viele Panzerbarungen. Oh Gott. Oh. 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 Oh Gott. 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 Alter Okay, endlich Das war so scheiße von mir Oh Okay Ich hätte lieber mit dem Ding hier genommen Ich hätte lieber den Railroad benutzt Die Railroad ist eine schallgedämpfte Boat-Action-Pistole Aber macht One-Hit-Auf-Kopf Ach, du heilige Scheiße Ich habe einen Panzer Ich habe einen Panzer Ich habe einen Panzer Oha, das war Das war sehr gut Alter, wir kommen zu Packen schon wieder Ja, da sehe ich schon die Panzer Ich glaube, die machen hier Panzerheile Oh ne, die haben sie schon fertig Die haben sie fertig gemacht Äh, in diese Richtung da Also ich kann mich jetzt Ich möchte mich direkt anbringen Hier wegen Er ist von mir weggegangen Von einem Radius aus Ja Ah, da ist er Ah, da ist er, okay Ja, er geht zu B Ja, er geht zu B Er kann mich keine Mission mehr Dann hol die Dann hol die doch bei den Stationen hier eine aus Oh Das war ne AP-Mine Nein 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 Wir haben die Enora verloren Ja, okay Ja, okay Oh nein Da war es auf der Panzer Ich konnte nichts machen Das macht immer ein Sanitierter, dass sich selbst töten. Das ist doch ein falsches Panzer. Los, fuck! Ah, fuck! Ich hab vergessen, den drauf zu machen. Ah, megal. Oh, wir müssen zu A oder D gehen. Das ist unser Gewinn hier. Oder wir müssen nur noch neun von dem töten. Das war's. Ach, ja. Erstmal ist das jetzt Gleichstand. Das wird sich jetzt... Zwei. Nur noch ein... Zwei Kills. Eins jetzt. Kommt schon. Und fertig. Ja. Haben gewonnen. Die Japaner haben ihre Insel verteidigt. Guck mal, ich fein die A oder die gekommen dann auch. Ja, ihr seht. Richtig schönes Feuerwerk. Mhm. Wie der noch rankommt hier. Mhm. Der eine hat ne japanische Fächer bei sich. Im Krieg. Das ist ganz gut hier. Ah, die Revolver MK4. Hab ich gekriegt. Nice, ich auch. Hm? Ich auch. Die Revolver sind stark und sowas, aber... Wenn ich... ... den Wellrod... ... den Wellrod... ... auf den Kopf schließe... ... One-Hipp einfach weg. Mhm. Hm. Kann ich eigentlich noch benutzen. Äh. Ich hab nicht mal so die MAB benutzt. Also probier ich die mal aus. Mhm. Und ich sag, ich hab... ... die... Ähm. Hallo? Wie was denn? Was los? Loi. Ich hab... ... ich hab zwei... ... zwei... ... Revolver MK4. Mhm. Was ist das Unterschied? Ui, jetzt knapp. Hey, Niklas. Was ist das Unterschied? Revolver MK4? Dennis, wo wir gesponnt sind. Ha? Schön, dich zu sehen. Wo wir gesponnt sind. Ja, wir... ... wir müssen so die ganzen... ... Dinger noch rein gehen. Wir müssen so viele Ziele erobern und halten wie möglich. Das ist cool. Oh, fuck. Der Panzer schwimmt hier. Ich bin hinter dir. Wollen wir denn es? Ha? Nehmen wir... ... ach? Hab nachher denn es. Jo. Ja. Oh Gott. Ich bin doch vergetreten. Los, los, los. Los, los. Lani. Capturung ist das Objektiv. Ah, noch mehr steckt. Ah, jemand ist in diesem Gebäude. Da kam einfach jemand vor mir aus dem Haus hoch. Die kam einfach nur vor mir. Ach, noch mehr steckt. Da, wo sind wir jetzt? Scheiße. Alle hatten im Haus. So. Ah, ich hab gesagt, das ist ein Haus. Spawn war geil. Oh. 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 Was sind die da? Das war der Typ, der durch den Haus war. Oh. Oh, das ist ein bisschen... Oh, was kann du? Oh. Alter, okay. Ich wollte gerade den Panzer töten, ne? In der Panzerfaust. Mh. In der Dazwischengarn habe ich Gegner getötet. In der Panzerfaust. Oh, da war der... Der Angreifer... Oh, tut mir leid. Oh, Junge. Ich bin leider nur ein Sanitäter. Ich hab nichts gegen... Panzers. Ich hab was gegen Panzers. Ja, aber ich nicht. Ich bin Sanitäter. Ich bin auch schon da. Wo ist der Panzer? Äh... Hier. Hier, 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 hier. Da muss ich da angekündigt haben. Da. Da ist der Panzer. Wirklich? Bist du... Schieß nicht mehr. Wo ist denn noch ein Gegner? Ja. Ja, der Panzer scheint... tot zu sein. Oh, jemand snipet. Der Gegner hat dann selbst nur auf den... Ich konnte mit Campen hier irgendwo. Du gehst jetzt Campen? Okay. Der Gegner wird irgendwo Campen, ja. Ach so. Ja, in dieser Zeit geh ich einfach so B. Ich oberen mal B. Mit... Mit den Jungs hier. Hm. Danke. Ach, danke. So. Du gehst hier. Du gehst hier. Du gehst hier. Du gehst hier. Ja. Alter, viele Panzern. Oh, scheiße. Der Schreck mich doch nicht. Oh Mann, ich mach gar keine Einzige kill mehr Okay Oh, hab ich einen kill damit Oh, der kommt mit dem Tank Okay Komm her Ich kann nichts gegen Panzers machen, also musst du das entweder machen Oh, da ist ein anderer Panzer Habt ihr einen? Er wollte sich den Sherman-Panzer holen Nice Jetzt haben wir noch einen zweiten Panzer Ja Der gar einer kann sich das reparieren Das einfach geht mit mir, okay Das wollen auch Zieh Da 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 Das geht ab Ein bisschen um den Fahren konzentrieren muss ich auch noch Hä Fahrtransport zerstört Kann ich auch den Sherman-Panzer holen? Ja, kann ich Weg damit Weg mit den einen Ich hab ihn überfahren Ich hab ihn überfahren Anscheinend Ich hab ihn überfahren 竟age Das ist Es ist Für mich Fertig Wörter 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 So, wo ist da noch? Hier eine Tankstelle für mich. Ah, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Alter, du musst das vom Hangar. Viele, wir müssen den Hangar oberen. Wir haben Ziel Dowa eingenommen. Brüder Jose! Ich seh's! Dann, wir haben einen, der kommt mit Leck. Oh mein Gott. Alter, der eine hat einfach Hafteln und nicht noch auf mich draufgepackt. Aber ich hab ihn überfahren. Nice. Aber ich hab ihn überfahren. Oh mein Gott. Was denn? Ja. Gute Arbeit. Die Schlacht ist halb geworden. So sind es. Ach nix. Mein Motto ist gekommen. Wo ist denn noch einer? Nein, nein. Wo ist noch eine Jungfrau hier? Hallo, was geht's? Warum bin ich mit dem Hangar verschiebt, weil ich denn nachgeführt ist? Na, weiß selbst doch nicht. Wenn ich da mehr drauf kann. Ich komm jetzt mal zum Hangar nicht. Hallo. Hallo. Oh. Und? Gibt das? Nein. Nein. Das ist gar nicht drin. Das ist gar nicht drin. Was? Ich hab's. Ich hab's. Sieben Geruchs und einen Tote. So, die haben wir in unsere eigenen Tanks auf A und F. Ja, ich meine, wenn wir rausgehen, ist neuer Schuld. Oh, was? Oh, was? Ist das nicht okay? Ah, Alter, Hangar ist sowas mit der Fischung hier. Äh, macht raus. Ich weiß. Das Ding, aber das Lustige daran ist, wir haben doch ihre Panzers noch gestohlen. Also, die haben gar keine Panzers zu kriegen. Sie müssten das mit Hand machen. So eh, so eh nicht. Aber nicht so richtig. So eh, so eh nicht. Ah, ihr müsst das Ziel verteidigen. Ihr müsst das... Egal. Wir sind die selbstverstreuend... Oh Gott. Ich wollte nie viele Panzers zu haben, ne? Ja, das Ding ist, die sind einfach so dumm rausgegangen aus ihrem Panzer. Und der eine, den ich getötet hab... Also der eine, der mit dem Panzer getötet hat, wollte den Sherman-Panzer holen. Also gibt, gibt den hier mit dem Panzer, den ich jetzt, äh, fahren will. Irgendwann hat er eben noch fack... Das, das war's da wenig von ihm wegen. Ich war noch direkt bei ihm. Oh. 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 Oh, ich werde mal kurz stehen... Ja, okay. Oh, da kann ich nicht mehr ran. Ganz weiterfahren. Okay. Oh. Gleich haben wir es geschafft. Wir kommen gut voran. Oh Gott. Oh Gott. Oh! Ah, sektor natürlich. Oh warte, guck mal, guck mal, guck mal! Hä? Ich wollte ihn nur auffahren und der ist... ...fällt sich einfach zu hoch. Ja. Ich mach das. Ist da jemand? Klopf, klopf. Mach kaputt. Jetzt geht's kaputt. Viel Wärter ist jetzt in unserer Hand. Ach so, alles kaputt geht es jetzt auch nicht. Schade. Oh, jetzt geht's richtig. Wo ist denn noch... Wo ist denn noch die letzten? Oh, das ist drin. Alles drauf. Alter, die Armen. Panzer. Einen hat 24 Kids und nur Tode. Ach, ja, okay. Vielleicht haben die auch Panzer genommen. Die konnten aber auch nichts machen. Die haben die ganze Panzer flauen, die haben. Die haben einfach ihren Panzer richtig hart verschwendet. Ich glaub, der eine der Idiots schreien. Ähm. Aber warum gehen sie aus dem Panzer raus? Das... Alter, da frage ich mich auch schon. Der eine geht aus seinem Panzer raus. Und er wollte so den Schirm mit Panzer wechseln. Alter, das... Oh, Junge, wenn ich dieser Typ wäre, ich hätte... Ich hätte mich so hart geschämt. Hm. Also, wenn nicht er wäre... Ey, ich hätte mich geschämt. No shit. Äh. Ich mach die Anborn gerannt. Nee. Gerannt. Bam. Jetzt gucken wir's noch. Okay. So. Wichtig ist, wie ein Spielrand haben. Schnellziehen. Nope. Das hier. So. Ui. Wir waren noch nicht. Doch waren wir. Also, ich war schon mal da. Äh. Was geht's denn hier? Ich will nicht gewinnen. Nekas, hinter dir. Oh, das ist so ein offener Map. Guck mal, wie offen das ist. Das ist fast gar keine Deckung. Jetzt. Dann könnte ich ihn gleich mit Sniper spielen. Aber ich benutze schon den M1 Gerant. Es ist, es ist ein Semi-Auto-Sniper. Äh, Semi-Auto... Äh, Assault-Rifle. Oh, Panzer, 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 Panzer... Meistens die Amerikaner sprechen noch so deutsch hier, Junge, BTF. Oh mein. Wir haben den ersten feindlichen Soldaten eliminiert. Ach Junge, okay. Die sind alle in dem Munker. Aber die haben die Munker zu offen, ne? Weg dich auf den Sniper. Ich hab einfach einen Munker gerannt. Komm. Ey Junge. Alter. Diese ganze Flugzeug verspürt einfach alles. Danke. Danke. Wir haben hier einen Schiff. Ich bin mir auch noch. Oh. Viel weiter ist jetzt in unserer Hand. Oh, das sind alle rein drinnen. Die sind alle im Bunker. Ich? Junge, die sind alle im Bunker. Alle von dem sind im Bunker. Wir verlieren in der Schlacht am Boden. Übernehmt die feindlichen Ziele. Oh Gott. Oh Gott. Der hat mich einfach gemessert hier. Der hat mich einfach gemessert hier. Alles klar. Dankeschön. Dankeschön, du wunderschöne Bastard. Nein. Nein. Warte nicht. Alter, wie viele von denen noch... Nein. Warte nicht. Dennis? Ja. Äh, Y. Ach so. Oh Gott. Der hat mich mit einem Bionettangriff getötet. Hm? So. Lass mal schnell Bier rum wieder. Wir haben Zielberta verloren, Soldaten. Wir haben Zielberta verloren, Soldaten. Wir sind alle. Wir sind alle. Anomokyoho, Sairo. Die nehmen mich auf Frauen. Hilf sie mal, ja? Was ist das denn? Oh Gott. Was ist das denn? Oh Gott. Gute Arbeit. Wir haben uns Zielwerfer geholt. Wir haben Ziel Emil, Herr Ober, Soldaten. Oh, 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 oh. Oh scheiße Oh scheiße Ich bin fast in den Fallschrank gestorben Er deckt mich doch Oh das sind Gegner Wir haben viel Dora verloren Oh Oh Ah Einer hat ihn schon vergessen Der Dora 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 ist der Explorer Dora ist der Explorer Dora ist der Explorer Seht ihr mal einen Panzer Das ist aber unser Nein 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 Ganz in der Ferne sehe ich deinen gegnerischen Panzer Also ich sehe schon den Alcon Aber ich sehe jetzt nicht den richtigen Panzer davon Oh 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 Nein 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 Oh 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 god nein 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 Ich habe vergessen, dass ich Angreifer bin, die Freude. Boah, kriegt's. Nur mit dem Selbstnadel wirst du mit nicht fliegen. Oh, Junge. Er hat mich mit dem Drilling getötet. Respekt. Mit dem Doppel-Barrell-Shutgun hier hat er mich getötet. Respekt, Junge. Respekt. Headshot, Headshot, Headshot. Gibt es immer noch die Sniper holen? Ja, natürlich. Auf dem haben wir auch Sniper echt Spaß. Voll mit der Sniper nicht du mehr als mit dem Rückschuss-Sniper. Du meinst keinen Bullet-Drop, Sniper. Die haben aber zum meisten Spaß. Die ist viel besser als die K-98, oder? Alter. Junge. Als ob der mich von hier aus gekriegt hat. Oh, dankeschön. Äh, zwei von dem sind da. Ja, okay. Konzentriert euch. Wir verlieren Ziel Emil. Oh Gott. Das ist der Ziel, wir müssen den noch erobern. Emil wieder. Ziel Emil ist für uns verloren, Soldaten. Okay, ich wechsel mal zu die Fäfte, der einmal gerannt. Ich will mir, dass ich wirklich der einmal gerannt habe. Oh Gott, wer ist denn der Junge? Das ist der Scheiße. Wir haben Ziel Friedrich verloren. Ich habe das Ziel, wir haben Ziel Dora, erobern. Ich glaube, es wird zu schnell sein, weiß ich jetzt selbst nicht. Hm? Wir haben Ziel Dora, erobern. Ich glaube, so die, diese eine Karabine wird zu schnell sein. Jo, es ist schnell. Also, wenn der eine still stehen bleibt, dann kriegt er ein Headshot von mir. Wir haben Ziel Anton verloren. Idiot. Alter, der hat mich so, der hat mich so komplett verfehlt mit dem Katana. Tang, take off me, take off me. Das ist sehr schwer. Ich habe einfach alle im A getötet. Boah, das muss man mal echt. Ich hoffe, ich hole A. Oh fuck. Ich bin tot. Aber wie ich einfach an und fast die ganze Squad-Team getötet habe bei A. Das war so gut. Das war so gut. Ich habe ein Katana. Ich habe ein Katana. Oh man, es ist ein, ich habe ein bisschen Shit. Das ist mit Katana, noch so jemanden reinzurasen und dann zu sterben noch. So, und jetzt, die. Wie das schnell, aufs so schnell geht hier. Mit Katana. Also, wie, also so schnell kann ich schwingen. Ich glaube, ich habe da jemanden gesehen, da oben. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich will den Katana austesten. Bitte. Bitte. Bitte lasst mich das aber austesten. Achtung, wir verlieren Schildora. Oh, fuck. Ach, ich bin ein Samuri. Mann, das ist ein Samurier. Oha. Ich bin ein Samurier. Zin müssen wir erobern. Will ich, was? Zieh. Ja. Nein, ich wollte den Pertan austesten. Ich hasse jetzt schon den Pertan. Das Beste liegt mir noch in der Tür. Das war ja. Der Pertan ist in unserer Hand. Wir haben Pertan. Okay. Alpha wird noch erobert. Das sind sehr viele Patronen. Wir haben Ziel Anton erobert. Wir haben noch 65 Bungiegegner. 64, 63, die sinken. Gleich haben wir es geschafft. Wir kommen gut voran. Wir kommen, dass sie die Masse nicht hat. Wir kommen gerade wieder. Wir kommen. Schrauben Sie dort? Ja, das sehe ich schon. Ich sehe auch schon hier so welche Panzers auf. Ich bin tot. Oh Mann. Okay. Ich bin tot. Oh Mann. Okay. Warum hast du keinen Skin auf den? Was denn? Warum hast du keinen Skin von dem hier? So, was hast du denn drauf? Das ist einfach den Standard Soldaten. Ja, das ist mir ganz aufgefallen. Das ist mir ganz aufgefallen. Du hast mir ganz aufgefallen. Guck mal, wie müde du bist. Das ist ein guter Skott, den wir gerade hatten. Ja. Den kann man einfach mal gut spielen. Halbautomaten. Törners Mülle. Okay. Probier ich es mal aus. So. Ach. Präzision. Schnelle Zielen. Ne. Was ist das denn? Was ist das denn? Granatenwerfer. Hm. Ich würde lieber auf den Bayonett drauf gehen. Bei den, äh... Amon Grand. So, das ist der Turner Smile. Halbautomat. Hm. Das wird ja ein Spaß. Hm. Schnelle Bewegung wegen des Zielens mit deiner Waffe. Der Rückschuss deiner Waffe nach oben wird reduziert. Okay. Ich vernehme es richtig besser. Die Ausrüstung mit erweiterten Magazinen ermöglicht längere Schießen bis zum Nachladen. Das. 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 Das geht's nicht. Das. Das ist nicht. Das. 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 Und so stürmen sie die amerikanische D-Day. Hm. . . . . . Das ist nicht das Besteuer. Geh da, Rashi! Geh da, ich bin! Oh, das ist ein MG-Schütze! Ah, der Angreifer macht das schon, glaube ich. Nee, er ist tot. Ich kann ihn leider nicht so richtig gut anbringen als nur so in der Art hier. Das ist der MG-Schütze, pass auf. Ey, ich spawne und dann bin ich noch getötet. Dankeschön. Erstmal spawne ich und dann getötet. Aua. Den meinst du? Ah, okay. Ja. Und aber noch einen MG-Schütze auf dem Bunker. Er ist genau über mir hier. Ich weiß nicht, wir sind hier. Er ist noch nicht offen. Er ist noch nicht offen. Aber nochmal ein Motoren. Ich ich aber einfach nicht vor! Ich habe ihr ja jetzt geflidé! Aufmerksam. Ich habe genau einen Schlagver! Oh! Ich habe den Schlagver! Ich habe den Schlagver, sie hier! Oh Junge Danke Eines weg Gute Arbeit, jetzt gehört der Sektor uns Da Grenade Grenade Gute Wauw 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 Oh Gott. Äh. Der sneakt einfach die ganze Zeit. Dieser eine Gegner. Der eine sneakt einfach so dringend. Ich bin nicht rum hier. Ich mach dir das nicht. So mach man das. So mach man das. Mach ich jetzt einfach so manuell. Kein Problem. Und dann habe ich das. Oh Wilmer. Alter, wie die schon noch einfach einstürmen? Alle drei von dem sind so kurz in den Haus. Pass auf. Gehen wir nicht. Gehen wir nicht. Gehen. Ah, ist näher als Gehen. Ja, komm her. Gehen wir schon Sniper, das sonst so, dass wir hier jetzt, wo sie sind. Geil. Ah, das sind die alle lebt. Wir haben jetzt die Kontrolle über Ziel Anton. Ah, es war gemessert. Geheimt. Aha. Ja, ich war behind, weiß ich. Wir verlieren Ziel Anton. Na, machen wir nicht. Schönen! 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 Der hat sich schon stark, ich dachte, wie mein Gott, er ist da. Schönen wir gerade. Schönen wir nicht. Schönen wir nicht. Schönen wir nicht. Schönen wir nicht. Ach, das ist ein Kackpanzer. Deswegen. Oh, ich bin schon. Ich bin schon mal mit. Ich bin schon mal mit. Oh, ich bin schon mal mit. alle gegner in diesem sektor oh mein gott ich musste noch ich habe noch in diesem zeitpunkt nachgeladen die waffe geht es sollte ein glücklicher sein als die am und berant aber das können wir jetzt die stelle jetzt hochgegangen die 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 Oh, das ist halt ein Kekse. Ich muss nicht sehen, dass ich nicht so gut bin. Das ist halt ein Kekse. Ich sehe gar nichts mehr. Boah. Auuu. Ein, ein Medic, der Sniper benutzt, ja. Oh, danke schön. Oh. weights Tor. r 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 Ok komm! So, so... Ich muss eigentlich trod nachgefahren, dass ich mich nicht schaden würde noch Oh, Junge, alle sind in diesem Haus schon wieder. Welches Haus? Genau, wo ich drauf bin hier. Das sind zwei, okay, eine davon ist drauf. Warte, ich muss mal draufschmeißen. So, welche Semi-Autos sind jetzt? Oh, scheiße. Ja. Jetzt sind wir wieder auf den... Jetzt sind wir wieder auf den Kopf. Oh, das ist wieder. Hey, warte, ich bin schon überwacht, mein Arschloch. Hinter der Kisten sind welche, das auch. Ey, ich will mal auf. Wie oft wird dich jetzt getötet? Sieben, ich habe nur neun, fünf und neun Geld. Ich brauche nochmal Hilfe. Dankeschön. Muss immer noch einer sein. Oh, diese Staffel, dunkel. Danke. 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 Oh, das ist ein Panzer, deswegen. So viele von denen. Erstmal, ob ich hier campen wollte, ob ich hier einfach wieder campen wollte. Ich weiß jetzt nicht, ob der Hand, ne, der Handgreifer kann es nicht mehr schlafen. Ja, guck mal, das ist nicht für mich. Oh, Fahrzeug, äh, hat sich zerstört. Oh, Fahrzeug, äh, hat sich zerstört. Die campen nur wir und die campen alle, die campen da alle nur. Ja, ich weiß. Aber was sollen sie denn machen? Die können nur campen. Also, wir haben schon einen stationärisch wieder gekriegt hier. Äh, zwei von denen sind es. Da hab ich mir ne Meinung, Stormsoldaten campen eigentlich nicht. Ne, Sniper können campen. Stormsoldaten? Nein. Diesmal ist er auf Panzer gebildet. Also, auf Anti-Panzer. Oh, 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 okay. Oh, fuck. Oh, na, Wiener. Wiener. Oh Gott. Getötet. Oh, da hat mich mit den Spürzugranaten getötet. Ich hab's nicht mehr gesehen. Sicherung des Sektors ist abgeschlossen. Alter, da ist nur dieser Panzer. Danke. Dankeschön. Oh. Oh, ich hab ihn einfach so getötet. Geil. Baut automatisch aus der Ferne so aus hier. We need air support immediately. Oder angewiesen. Macht euch bereit. Oh. 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 Was, alle von uns sind tot? Muss man 10 Jahre lang laufen, ne? Hat er die ersten Apple-Sie da gewartet? Ja, der hat einfach so gewartet. Ja, das hat er gedacht, alle kommen da. Denkst du nicht, er kann sich einen Gratis-Kill holen? Oh, Junge, nein, 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 nein! Hinter dem Baum ist einfach so ein Drecks. Oh Gott. Alter, und dann kriege ich noch eine riesen Retreat-Atombombe, bevor ich sterbe. Ach, Junge, okay. Ich habe auch so lange, gibt es nicht mehr zu. Jetzt. Oh, da. Oh nein, der Sani-Täter wird sowas am Sterben. Ja. Mach doch auch! Hat er ganz gut geklafft, den Sani. Ja, weil es schönste, dass da Gegner sind. Warum macht er keinen Rauch? Was dumm ist? Hat er gar keinen Rauch-Krack... Äh, keine Splitterrauch-Ding? Alter, genau wo du diesen Geräusch hast, habe ich da noch nachgeladen. Kapte, nein. Scheiße, ich bin jetzt kein Sani-Täter, Alter. Oh, da bin ich jetzt kein Sani-Täter. Oh, da ist da ein Sani-Täter. Nein, nein, das ist mein Rauch nicht. Ein Sani-Täter, okay. Ja, dann ist das nicht. Let's not, uh! No, na! Are you reading? No. Agh! Hel過 slide, hier! Requesting immediate air support. Eliminate protection! Un musik! Germanger�! covered we're out! Oh, Alter, die einfach alle schon da sind. Das hat ein bisschen was wir machen. Wir haben kaum noch Verdacht, das sieht nicht gut aus. Ach, was er hat denn? Ich weiß. Ich weiß nicht, was er ist. Ich muss jetzt mal aufmelden. Oh, das... Oh Gott, da ist ein Sniper. So, ich mach erstmal keine Rauchgranate, wegen ich bin erstmal ne Schütte geschütten. Okay, da mach ich jetzt nicht auf, keine Ahnung, wegen ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt jemand bist. Oh. Oh. So So Okay Oh 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 Da steht auch auf Hallo Hallo Ah 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 ok Ganz Truppe ist erledigt Wie jetzt Ich hab 26 Ich bin 16 lang gestorben Der eine hat 50 Kids und 2 Tote Aber weil er auch Panzer spielt Alter Der Panzer Junge Der ist ein Panzerfahrer Der ist ein Panzerfan Junge Alter 14,13 Ich glaub wir dürfen überhaupt nicht mehr sterben Ja Der letzte Punkt war der schwerste weil da alle noch Kämmen Oh mein Gott alter Junge das sind so diese Mereklipsen Waffen hier Wie schön das ist hier Wie schön das Wie schön das Was wird so Nein Schöne Ok 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 Wir haben verloren oder? Ja Ok Wir dürfen gar nicht sterben Alter Am meisten Am meisten die Medics Junge Die kommen schon mit dem Am meisten die Medics kommen schon mit diesem Typ an Ja 43 Kills 28 War glaub ich auf den sechsten Platz hier oder sowas Und du warst irgendwie in so zwei Stufen bei mir runter Obwohl ich mit Kills Deutlich mit Kills ist Du aber sogar Ja ich versteh's auch nicht Also du bist ein paar Zwei Stufen bei Bei mir unter mir Ich weiß nicht warum Das hier Was man mit mir ist das? Ok Ok Okay. Und... Was ist das denn für eine Map? Oh Gott, wir müssen uns alles... Ja, wir müssen uns alles. Ja. Wir müssen 300 Kills machen. Ah, wir machen die, die wir jetzt gerade gemacht haben. Und... Also, die müssen unseren... Äh... Punkten erobern. Und wir müssen die 300 Mal töten. Also, wir müssen 300... Äh... Soldaten töten. Die kommen von alle da. Oh, das ist ein Panzer. Oh, das ist ein Panzer. Satz Panzer hier. Wait, warum hab ich... Me... Oh, Bruder. Alter, okay. Dankeschön. Warum hab ich eigentlich so eine... Medikamentenkiste. Ich nehm niemals dies Dreck. So. Oh. Die... Nein! Das ist ein... Ich bin kein Erger. Ich werde das nicht verraten. Da war der Panzer. Da war der Panzer. Da war der Panzer. Bitte lass mich spawnen. Oh, warte doch, ey. Okay, komm schon wieder. Jetzt kommen sie wieder. Jetzt kommen sie wieder. Oh. 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 Oh mein Gott, wir müssen ja... Okay, einen habe ich davon getötet, aber das Meer zu viel. Ja, Alter, macht mir dieses scheiß... Ich will nicht, die mich gekillt. Es ist mir scheißegal, wer mich gekillt wird. Ah, nervt mich das mit Dauer. Wir haben diesen Sektor verloren. Bei dem nervt alles, Junge. Ja, aber es ist mir egal, wer mich gekillt wird. Wir müssen alle Stellungen in diesem Sektor verbarrikadieren. Aha. Das Wort avatar. Wir müssen ja den Schuss anschauen. Ich bin ja den Schuss im Haus. Oh Gott, ich bin ja. Tol, doch, doch! Ich bin ja! Ich bin ja, die Sektor! Dann hab ich den Sektor. Oh, Gott. Alter, ist ein Panzer. Oh Gott. Ab dem Hügel ist ein Panzer. Oh! Was denn? Wenn wir nichts unternehmen, verlieren wir Ziel Anton. Oh Gott. Alter, wir müssen doch fahren. Warte, warte mal. Ja, wir sind doch schon. Vielleicht nicht mal bei uns. Da. Ah, okay. Wir haben Ziel Anton verloren. Oh mein Gott. Das sind alle einfach in diesen Backenhaus und da kommen sie jetzt schon rein. Da kommen schon alle, die rein. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Komm her, komm her. Och, Junge. Ah. Ah, der wird mich aufbettern. Oh, B. Ja, wie soll ich gegen den Panzer da antreten, Junge? What the fuck würde ich das machen? Alarm, wir verlieren die Anforderung. Schau dich! Oh. Alter. Ich würde die ganze Zeit immer rumgespapen. So immer resten, dann nicht resten, dann resten, dann resten. Nicht resten. Aber da ist er auch gestorben. Zielwerter ist jetzt in unserer Hand. Oh, das wird dann von mir. Oh, Mann. Die sind alle auf diesen Katt-Turm hier. Auf diesen Katt-Silo. Oh, die sind an Panzen. Okay. Würde ich auch mal rein spawnen. Würde ich doch auch an den Panzen rein spawnen. Oh, er ist stark. Oh, er ist stark. Er hat sich selbst stark gemacht. Er ist selbst gestakt hier. Ja. Oh, Mann. Jetzt habe ich das selbst gemacht mit dem... Was denn? Oh. Was denn? Diese Scheiße mit diesem Geschütz hier. Er ist einfach so ein Scheiß-Geschütz, Junge. So, ich muss jetzt mal was ändern hier. Wer... Wer würdet sich eigentlich so... diese... Sanitierterkisten wollen? Sag das mal selbst. Ich spawne doch erstmal rein! Und er tötet mich schon direkt! Siehst du, was ich meine? Siehst du, was ich meine? Oh. Niklas. Kannst du mir nicht den Arsch zeigen hier? Ja, so ist es besser. Ich hätte sich sowas gedacht hier. Einfach zu sagen, wir machen mal so einen Tieterkisten. Wofür? Okay. So. So. Wo? Äh, draußen. Ich bin bei dem Haus. So. Wir verlieren Ziel, Anton. Du Fabi. Drei Leute haben ihn nicht gekriegt. Wofür? Hm. Der hat mich einfach überrascht. Ich meine, der hat mich nicht. Da waren andere Leute, die ihn nicht gekriegt haben. Da war so ein Tieto. Ja, das ist ein Random. Ja, trotzdem. Er hatte keine IP mehr. Keiner von ihnen kriegt den. Okay. Wir kämpfen dich, Dennis. Da kämpfen dich. Wir verlieren Ziel Bertha. Dann sind wir in zwei Sekunden mehr da. Dann sind wir wieder bei dir. Okay. Wir haben Ziel Bertha verloren, Soldaten. Oh Gott, Alter. Dieser Typ mit dem Geschütz hier, Alter. Kann der mal verrecken. Der, der liegt schon da. Fast eine halbe Runde schon. Das weiß ich nicht. Da kommt nichts zu tun. Lückenst celebrate. Ist doch legal. Wo... Wo ist... ... wo sind unsere Panzers? Wo haben wir denn Panzers? Oh schau internet. wo haben wir denn eigentlich ein panzer bei uns gefühlt haben wir gar keinen panzer in unserer nähe manche haben einen feindlichen tank zerstört gut so so nein da brennt ein tank von dem also der eine von den fast tot den tank gut so ich ah okay hallo hallo der eine sanität der ignoriert mich einfach was für ein arsch was für ein ach scheiße der ignoriert mich einfach der der zunweiter der ignoriert mich einfach so so oh ich hab zwei kids gemacht einfach random dann ist auf b kommen jetzt mit dem korn so auf uns okay spaßig Das ist schon wieder so ein Panzer, Alter. Au. Der Iron Maid macht er gar nicht, der hat zwei Kills. Was macht der, dass er nur zwei Kills hat? Meinst du den, den ich jetzt gerade erst geheilt habe? Oh, blablabla. Der hat zwei Kills gemacht jetzt. Weiß ich schon. Zwei Kills, fünf Tode. Alter, drei, nicht zwei Spiel. Auch nicht vier. Jetzt hast du drei. Der Helzer ist dran stolz. Okay. Wer ist das? Wer ist das? Oh ja. Oh, das war jetzt der. Bitte. Panzerbauen, Panzerbauen. Ja. Wo ist der? Oh, die ist... Jetzt hast du mal die Säns. Echt? Warte. Ja, der Baum ist gerade kommentiert bei dir. Hier fang ich rein. Hier fang ich rein. Aber auf der anderen Seite darf's nicht. Da ist der Baum weg. Da wirst du geblockt. Der Baum sagt nein. Wir verlieren Ziel Anton. Wir verlieren Ziel Anton. Ziel Anton ist verloren. Dennis, lass mich, lass mich bei dir schon Anton holen ab. Anton ist einfacher zu halten als die Beta. Wer weiß. Deswegen ist, ich halte erstmal noch Ziel Bärze. Ziel Bärze ist jetzt in unserer Hand. Alter. Junge, kann man dieser Panzer mal weggehen? Noch nicht mal... Ich hab so eine große Range auf dem Panzer zu schießen. Ich will aber nur zwei Kills nicht mehr machen. Was ist da auf... Ach, was ist da? Sniper? Ich schwör dir, ich schmeiß den Typen, der ich rauswende, nicht mehr mit Kills. Er ist Angreifer. Der stirbt und macht keine Kills. Schieb! Schieb! Bei A sind das schon so viele. Die kommen alle Richtung B. Alter, wo kämmt denn der? Er ist bei B. Ja, aber guck mal, wie der da läuft, der läuft da, wo der Kieger ist. Kann ich mal was machen? Geil, ne? Ist okay, die erste Meinung T zu drücken. Alter, wir müssen mal wirklich die Schütz mal töten. Das ist... Das ist nicht mehr zu ertragen. Ja, wir haben schon die verloren, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Hallo. Oh, Junge. Oh, Junge! Oh, Junge! Ah, wir sollen uns zurückziehen. Oh! Alter Ey, komm Bei mir macht Es macht gar keinen Sinn Da ist einfach ein Stein Da ist einfach ein fucking Stein dahinten Und trotzdem trifft er mich von hier aus Alter Ja Ich versteh's nicht Da ist ein fucking Stein Und der trifft mich von hier aus Was macht der? Guck dir das mal an Der baut Ja, aber der ist los wie der baut Der hätte sich schon lange bauen können Jetzt baut der erst mal Wenn er noch zweimal schlöpft und keinen Kill macht Fliegt er raus aus dem Team Dann reißt du mir irgendwann Wir waren über 15 bis 20 Da ist jetzt Sniper, okay Wir waren über 15 bis 20 Bei diesem Punkt da ran Der hat keinen Kill gemacht Vielleicht ist er ein neuling, oder? 13 Das ist nicht neuling, ja Wissen schon Ja, aber trotzdem Zwei Kills Über ne halbe Stunde schon Zugang Ist wenig, zu wenig Alter, wie viele Junge Wie ich sp... Ich blübelst rum hier mit diesen Schüssen Was ist das denn für ein Bullen? Ja, ich weiß Am meisten Am meisten Er weiß schon, wo er hinschießt Gefühlt Gefühlt weiß dazu, wo wir sind Ich sag jetzt nicht erhackt, Alter Ja, Bruder, der spammt ja so voll Hey, ich verstehe das nicht mehr Okay, das ist dann Aber wirklich, das ist... Wo ist... Der Panzer ist... Der einzige Panzer, den ich sehe, ist ganz unten Hat zwei Kills Oh, Junge, jetzt wird ich noch gesnieds... 14 Tote, 10 Kills Alles sind da dran Bei diesem einem verschissenen Punkt Der Panzer gefühlt macht gar nichts Der Panzer bei den Gegner Kämmt da rum Spammt die scheiß Panzergranaten voll Als hätte er Unlimited Ammo bei sich Ich hab gesagt, du ihn machst Und der ist es rausgezogen Und der andere zieht mit auch Der ist, der Dauer... Der hat kein Kampel zu sehen Ich hab noch keinen Bock mehr Wenn du es brauchst, wollen wir es nicht Wenn es... Ich bin nicht verliegend genug Weil wir jetzt dann dann Punkte abkriegen ziehen Ah, ja, wir sehen es ja Was ist mit den Gegnern dann los, Junge? Gefühlt wissen sie schon, wo sie... Wo wir es schon sind Hier, die haben so irgendwie... Irgendwie so einen F-F-Fucking-Aim-Bot hier Und jetzt kann ich mich respawnen Dankeschön Dankeschön Was? Das ist eine andere Seite. Was? Das ist eine andere Seite. Was ist ein paar Mal? Was ist ein paar Mal? Das ist nicht so, dass ich das andere Seite nicht mehr kann. Was denn? Was denn? Nix gehört. Deine Mutter gehört. Nein. 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 Nein doch, das war meine Mutter. Mach ihr nur ganz, 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 ganz leise heute. Wann? Ich hab schon gehört, Arbeit. Wann? 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 Okay, wir machen das mal so. Versorgung. Vielleicht würde ich damit besser werden. Du spawnt und bist aber tot. Ja, ich weiß. Oh Gott. Der eine ist, der eine kämpft da mit einem M1 gerannt hier. Ein paar davon, oder so mehr, so die gesamte Anzahl von denen, so campen da mit Panzers rum. Spammen schon die scheiße voll. Und weißt du noch nicht mal, wo die verkackte Munition da kriegen. Und weißt du noch nicht mal, wo die verkackte Munition da kriegen. So. Oh. Oh. Okay, der Ball wäre jetzt so weit. Haben wir endlich einen Sektor nach Terraminer? Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Alter. Dann. Entschlitter! Wie。 Ich habe die Bewerber gemacht. Ich habe den Treffen, der H lifte, ich werde. Ich habe die Bewerber gemacht. Ich habe die Bewerber gemacht. Ich habe die Bewerber gemacht. Was denn? Oh, no! Nicht halten! Ich wollte so hart dich wegmessern. Aber naja, okay. Kriegt man davon. War einfach so fährt. Jetzt bin ich wieder happy. Wissen. Wissen. Ja das wird wieder geblieben. Ich überlege, in Daniil. Es ist nicht so cool. Das ist da Luca. Sie haben einmal so ein Bootpanzer und einmal so ein Kampfpanzer. Nein. Ich habe die Karte gefunden, die ich nicht mehr. Es ist ein Kampfpanzer. Es ist ein Kampfpanzer. Das war nicht nett. So. Oh, die haben meine Ketten kaputt gemacht und jetzt die Ketten kaputt gemacht. Ich bin nicht nett von dem. Nicht nett von dem hier. Überhaupt nicht nett. Kann denn noch die Raketen schießen? Ah, jetzt nicht mehr. Weißt du was, ich mach mal auch mal so deren Takt. Die einfach mit Camp mit Panzer, wie die das auch bei uns gemacht haben. Vollgeheiz? Vollgeheiz, ne? Danke. Anschleißer. Gruppenhilfe? Nein, dankeschön. Nein. Kein Snappu. Ja, jetzt machen wir die Taktik, was die auf uns gemacht haben. Die Taktik. Die Taktik. Die Taktik. Die Taktik. Mhm. Die Taktik. Ich habe keine Artillerie, ich habe keine Artillerie, ich habe keine Artillerie. Gehe! Ja. Und da hier ist jemand. Der kommt dahinten. Komm hinten nach. Wir sehen nicht mehr richtig. Oh! Komm hinten. Spannend. Oh, ja. Oh, ja. Ich schlafe! Ich schlafe! Ich schlafe! Ich schlafe! Und da ist das Ding. Komm, Jürgen, das ist schon wieder da. Achtung, wir verlieren die Hörer. Idiot. Das Ding ist, ich will jetzt nicht aussteigen, bevor da noch einen kommt hier. Es tut mir leid, Niklas. Macht nichts. Oh, Berta war doch gerade auf dieser O-Bot. Oh, ich hab dich schon gesehen, Bitch. Oh. Wann haben wir jetzt? Was? Ist das jetzt? Ich bin der. Läu. Ich bin der. Oh, die haben einen Tank. Dennis, da kommt ein Tank von dem. Bitte, komm doch mal an. Wo? Oh, weh. Was soll ich denn so sagen? Wo ist denn tot? Sie ist nicht so richtig. Ah, das ist unten. Hier ist unten. Wir haben gewonnen. Wir haben genau ihren Taktik gemacht. Die haben doch von einem Punkt weniger Taktik als die haben. Ja. Also wir haben das besser verteidigt als die. Aber als Angreifer hier ist es scheiße. Verteidigen ist besser. Von diesem Modus aus. Erstmal campen mit Panzern. Wie die das gemacht haben, haben wir das auch gemacht. Wie schon gesagt. Bram ist eine Bitch. So. So. So, boah. Attacke! Feuer eröffnet! So dann, ihr müsst die Ziele in jedem Sektor sichern. Ich muss hier einsteigen. Jetzt geht er. Scheiße hat man nicht mehr genug. Also so klein ist das? Ich nenne meine ANG. Warum nicht? Hallo? Oh fuck. Ähm... An... Pfeil. Ja, weiterfahren vielleicht bitte? Da wird's noch variiert. Ach so. Komisch. Ich bin hier mit zu fahren. Das ist ein... äh... Bootpanzer also auch. Oh! 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 Verstehen! Oh! Okay, aussteigen, aussteigen, aussteigen! Oh! Im Glück bin ich noch ausgestiegen. Oh! Ich bin kaffend strümmen. Ah, da ist noch ein Panzer hier! Ich ziehe ich ins... Im Wasser... Okay, so. Gehen wir runter hier. Wir haben den Sektor erobert. Okay. Attackiert den nächsten Sektor. Können wir nicht mehr Spaß haben? Hm? Wie magst du das? Das ist mir. Das bist du. Ja, wo bist du? Komm zurück, da wo du gerade warst. Ach so, da. Oh ja, das ist viel, viel besser. Ich habe auch eine MG dafür. Mach doch mal aus und nicht. A. C. Gehe ich noch mal ein bisschen was. Alter, irgendwas hinter uns haben. Wir haben einen Sniper. Nein, hinter uns dran ein Fahrzeug. Tschüss. Jetzt wurde ich weggesniped. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön, jetzt wurde ich weggesniped. Auf was? Auf was? Waren wir eben das Sackchen? Weil wir das nicht uns dran haben, du Honk. Junge, was war da eigentlich hinten? Ein kleiner Stein. Nein. Dennis, verkapierst du noch? Ich habe irgendwas mitgenommen. Ich habe MG herangehangen. Das knallt überall dran, wenn du gegenfährst. Hast du's gesehen? Nein. Ich zieh ihn. Ich zieh ihn. Alter, das war das. Hast du gesehen? Bro. Junge. Mach doch. Danke. Ich steche einfach so ein bisschen zurück. Ich habe mich getötet. Bruder, ich steche einfach so, einfach so, äh, äh. Und das macht gar nichts. Ich glaube, ich habe mich getötet. Wie, du hast mich getötet? Kann sein. Hast du eine Granate geworfen, oder? Ich habe eine Panzerfahrt aufgeschoben, am Schluss, ne? Und auf einmal warst du tot. Ah, okay. Nein. Ah, fuck. Warum musst du sie jetzt ja sagen? Jetzt befinden sie gestorben. Jetzt befinden sie gestorben. Ah. Ich habe mich getötet. How do I revive? Bruh. Ah. Ich weiß ja selbst nicht, wie man reviviert. Ah, es gehört, der Panzer bleibt auch, dass wir auch immer die ganze Zeit hinspunnen. Flug von ihm, Flug von ihm. Lachen lösen. Hell, was ich? Oh, das ist es. Weißt du, was ich hier war. Ah. Ah. Oh, das ist ja so. Was ich da? Oh, das ist ja so. Oh, ich werde mich verletzen. Ja, weg. Wenn wir nichts unternehmen, verlieren wir Ziel, Anton. Bruder, gib das doch mal. Alter, ich spame ihn die ganze Zeit voll mit Vorrats und ich krieg dafür gratis Punkte. Komm, ja. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Das war's. Oh Oh Oh, das ist ein Panzer. Oh, das ist ein Panzer. Oh, danke schön. Oh, das ist ein Panzer. Okay, nice. Sicherung des Sektors ist abgeschlossen. Ah, da haben wir jetzt. Soyez vigilant. Cette Zone ist dojereuse. Greift den nächsten Sektor an, Sondern. Wir müssen das Ziel nehmen. Nee, das ist kein Panzer. Wie viele Panzers haben die Binde jetzt da? Das sind schon vier Stück davon. Oh, okay. Einflutschen. Oh. Nope. Hat er gedacht. Das hat er gedacht. Er kann mich die ganze Zeit rumsnipen, Junge. Ich mach Six-Tack-Move und dann hat er sowas verdient. MG ins Fresse. Alter, okay. Deine Typ mit dem M3 Grease Gun. Ich schieße schon mit dem MG und trotzdem tötet er mich noch mit dieser langsamste Feuerrate-Buffe. Überhaupt. Ich schieße dich. Ich schieße dich. Ich schieße dich. Ich schieße dich. Das war's mit meinem. Au. Ja. 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 Okay, der hat mich dafür überstellt. Ich schieße dich. Oh, scheiße. Okay, das war ein Flammenwerfer. Hallo? Was soll ich da kommen an? Oh, da. Der hat schießt schon mit einem Versuch auf mich. Hm, danke. Oh. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Ah, der ist mir vor. Der ist nicht vor. Wah, man, der ist nicht vor. Halt! Halt! Unter Arbeit! Wir haben den Sektor übernommen. Eliminiert jeden Gegner in diesem Sektor. Manchmal von dieser Hüftsteuerung ist dieses MG wirklich weg. Dankeschön. Noch mehr Muni geben hier auf ihm. Ach nein. Attacke jetzt den nächsten. Oh. 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 Oh Gott. Oh. 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 Ooh. Die MP, oder die Assistance da? Ich sehe... Blödsinn, 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 Blödsinn Ne, klar, da bin ich Blödsinn, Blödsinn Du musst du Kampfläin Was denn? Aller! Capturons cet objectif! Oh, der, der schießt mich ab mit nem Panzerbüchse Oh, der, der schießt mich ab mit nem Panzerbüchse Ah, ok, das, ok Ah, aber Dann kann der nicht mal richtig hochgehen, auf diesem Fall Requesting air support, hurry! Ihr bekommt euren Luftflacht, macht euch bereit! Alter, da ist... und da ist dieser... ...und da ist dieser... ...und da ist dieser Flieger! Oh! Der liegt immer noch! Ja! Ich höre ihn! Ich denke so! Okay! Er ist irgendwo woanders! Scheiße! Nein! Ich wollte nicht sagen! Ich hab Munition übrig! Die stehen alle im Weg für snipen! Wo stehen wir im Weg? Der steht im Weg! Oh! Da war schon wieder der Typ mit der Panzerbüchse! Der Sniper gefühlt Da ist der Panzerbüchse! 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 Oh, Alter! Oh, Alter! Und da ist der Panzerbüchse! Ja, dieser eine Kraftkanzler! Da ist der Panzerbüchse! Ja, okay! Ich werde die Panzerbüchse! Da ist der Panzerbüchse! Oh, Alter! Wir müssen nach B ja! Wir müssen nach B ja! Wir müssen nach B ja! Oh, Alter! Was ist denn jetzt nicht wo? Ach, da! Jo! Hm, schlecht! Geht, äh, gut! Äh! Jetzt hörst du rum! Dann ist nicht die Uhr! Mein Gott! Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Langsam macht mir Sniper Spaß. Jetzt kann ich mich mal spawnen. Wir liegen da bei meinem Kampf. Jetzt kann ich spawnen. Spawn bei mir. Ich spawne bei B, Junge. Ich bin da bei B. Ich bin da weg, weil ich keinen Sniper spiele. Ist tot. Ist auch tot. Wir sind so weit. Oh Gott. Das. Oh mein Gott. Ich habe einfach so ein paar Schüsse. Ich habe einfach so ein paar Schüsse. Richtig verkackt hier. Was ist verkackt? Funktioniert. Junge. Was sind das jetzt? Ach so, das sind sowas. Ich verstehe. Ich denke wieder. Ist dir gut. Ihr Sextor gehört uns. So, Sextor B ist. Hier ist. Erledigt alle Gegner in diesem Sextor. Neutab. Auf. Ach so. Da hab ich meinen Sextor. Ich hab noch, dass ich sie gesehen habe. Auf. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Oh, Flammenwerfer! Hier ist der Flammenwerfer! Alter, hier brennt hier alles! Was macht hier in mir? Ja, das bin ich! Ich hab Flammenwerfer! Ich wollte Spaß haben mit dem Flammenwerfer und einem Kill damit machen, aber ich krieg das nicht! Du musst hier doch mal trinken gehen, ja! Ja da, das ist ein Flack! Das ist ein Flack! Ja! Mach den Funk ein wenig, weil du durch den Berg kommst! Ehrlich! Alter, wieviel funkt der, dieses Panzer hier! Du siehst, du siehst ja auch, wie das funkt hier, oder? Wie kann der denn vorne stehen? Ah, seine Ketten sind geplatzt! Alter! Nochmal Flammenwerfer, bin ich! Nochmal Flammenwerfer, bin ich! Alter, ich seh' nicht mehr! Ich kann nur mal schleifen, kann ich nicht mehr! Grüne Börse! Ja da, ich hab' meinen Spaß mit dem Flammenwerfer! Der Medic kommt da, so richtig langsam! Ah, genau! Der Medic kommt da, so richtig langsam! Der Medic kommt da! Der Medic kommt so richtig lang drüber. Nee, ganz Mann, wenn die von mir draufsteht. Und fertig. Oh? Ey! Bruder, ich werde erst mal gerevived und dann erst mal ein re-vived und dann sowas. Wo ist der Medic? Und der Medic? Der Medic kommt! Ja, natürlich. Ja, natürlich. Hop! Oh! 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 Ich will meinen langen Werfer noch einfahren. Ich will ihre Seite! Oh! Oh Gott! Der Tank kommt, der Tank ist reingefahren. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Oh! Oh Gott! hallo was geht wer will geschmolzen käse haben das war diese flamme war direkt das sind locker 20 mann ja ist mir auch klar dass wir auch alle mann sind aber trotzdem es waren schon fast locker 20 daten sind da drinnen alter ich dachte ich dachte dass ich dachte dass ich auch weil ich habe erst mal die leiche gesehen und dachte okay er hat sich hinter die leiche versteckt oh mein Oh mein Gott! Oh da, okay, scheiße. Oh, die kommen vom Werk. Was ist ein Werk drauf? Nein, ich hab schon... Ich brauch einen Flammwerfer. Dennis, ich bin der erste unserer Team und hab 28 Kills mit einem Fneifer gemacht. Was? Ja. Wo, wo ist mein Flammwerfer? Kommt rüber. Au. Wir verlieren Ziel, Anton. Kommt schon. Ja, wir haben's fertig aubert. Jetzt gehört der Sektor uns. Ihr müsst alle Gegner in diesem Sektor eliminieren. Wir müssen nur noch sechs Leute töten. Oh, wie sehen die? Ohhhh. Ohhhh. Jetzt kommt der Panzer. Oh fuck. Oben ist noch einer. Ja, das ist ein Angreifer hier oben. Alter, geht er ab und lebt. Alle von dem, also einer von dem ist noch oben hier, ist ein Anderer. Ja, die haben schon das Kornlurker verkackt hier. Ist eigentlich ein Gegner, wird der Franz auch noch kackt? Haben wir gewonnen? Oh, war das Ziel A? Danke, doch nicht. Also, wir müssen noch A erobern, okay. Nur noch A. Alter, steh mir nicht von mir weg. Tut mir leid. Ich habe auch eine Präzisions-Shotgun. Ja, ich habe einen Sniper. Ich habe einen Sniper. Aber ich kann noch Dweck schaffen? Dann geht es so drin! Noch ein Kill, noch ein Kill, noch ein Kill, Panzerkill, Alter, ich hab da, Alter, ich hab jetzt da zwei, fünf Kills umgemacht. Und ein Panzer. Oh, Junge. Dankeschön. Alter. Junge, lass mich doch erst mal. Steht in uns. So, jetzt hab ich V1 schon wieder. Also ich will ein paar Minuten, das ist nicht so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du Scheiße, ich bin hier irgendwo. Scheiße. Alter, das war so geil. Ich seh nur Rauch. Ich seh nur Rauch. Ich auch nur. Alter, er hat 33 Sniper. Lang, 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 lang kann ich Sniper gut spielen. Ich lass mich auch heute Sniper klauen. Untertitelung. BR 2018 Amen. Hmm, was ist das Unterschied? Revolver MKZ hier oder Revolver MKZ hier? Hmm. Was? Ihr müsst die Ziele in jedem Sektor sichern. Ich bin im Boot. Oh, fuck. Oh, okay. Oh, okay. Da. Na. Oh, okay. Dr. Ah. 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 Ah, ah. 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 Ah ah. Oh. Oh. Ne, 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 keine Probleme. Ich bin tot. Gute Arbeit. Wir haben den Sektor übernommen. Erledigt alle Gegner in diesem Sektor, Soldat. Alter. Das ist gut. Erledigt alle Gegner in diesem Sektor. Das war's nicht. Okay. Ich find's geil. Waffen gehen immer dann leer, wenn man sie braucht. Oh. Hatte noch. Au. Au. Lass das mal. Alter. Oh, das ist ein Panzer. Musst du nachladen? Ja, heiß den Backe. Ich würde einfach hingehört und dann wieder so rennen. Das war auch minös. Oh. Oh. Was? Oh. Okay. So, machen wir jetzt mit Sniper, ne? Sollen wir jetzt auch mit Sniper? Ja. Sollen wir mit Sniper? Okay, ich sehe es nicht mehr. Sollen wir mit Sniper, ne? 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 Warum nicht mal so die Sniper auf? Hier hast du das mal geupgradet. Ich dödel. Alter, ich schieße erstmal einen Schuss und dann kommt da schon gleich mehrere von dem hier. Erstmal nur einen Kugelschuss und dann sowas. Es kommt immer am Ende schon gleich mit einem Schuss fängt man an und dann kommen da schon zehn Leute hier. Die schießen schon gleich mit einem Kack-MG und noch mit anderen Assault Rifle da rein. Mhm. Nur wegen nur einem Schuss von mir. Ah, vielleicht nicht so. Ich habe einen Maid angeschossen. Schon mal spiele ich auf eine Gemeinschaft. für die minecraft fuck den das heißt für mich ein the fuck you are ok ja 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 gefühl krieg ich gar keine skills als sniper ok hab einen kill gemacht aber gefühl krieg ich wirklich nicht so viel kills als sniper genauso etwa auf den kopf zieht stehen bleibt sie auf den kopf ja macht hängen hier bei mir auch genau auf mich hier macht es an es ist Das ist mal weg. Der Leiste. Alter, Maus. Mach immer weiter. Maus. Mach immer weiter, Maus. Was denn? Da muss jetzt der Panzer direkt vor mir rüberkommen. Oh, der ist eine Scheiße. Gott, bin ich... Dreck mit der Sniper hier. Was ist denn? Völlig unendlich jetzt. Du sagst, kannst du spielen, oder was? Na. Na, na. Also, um Hilfe nachzuholen hier. Keine Werte. Komm. Verdammt! Ich hasse Sniper. Scheiß auf Sniper, Junge. Fickt euch, Sniper. Schmeiß dich gleich in die Tonne. Na. Na, na. Ja, ernst? Ist das eine fucking Jens? Was ist das? Ist das eine fucking Jens? Was ist das? Das ist der Zanni. Das ist der Zanni. Ah, jetzt ist er tot. Wir haben den Sektor erobert. Auf diesen Brennern. Er schont niemanden, sagt er alles. So, hab jemand geträgt. Euer Befehl lautet den nächsten Sektoren zu gründen. Wie viele Medics sind das hier auf einmal? Eins, zwei, drei, vier. Nur vier Medics schon wieder. Oh. 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 Oh, Mann. Oh. 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 Okay, fuck now, schwing, fuck now, schwing, fuck now, schwing. Okay, pfff. Was denn? Okay, versuch ich nie wieder. Was gemacht? Ah, nix, 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 überhaupt nix. Überhaupt nix hier. Ey, lass mich doch mal, ey. Ich hab schon neun Tode. Lass mich mal. Schon wieder! Mann, komm, f*** die Hölle. Ich krieg, ich würd nur noch sterben. Was machst du denn jemals jetzt? Ihr müsst das Ziel verteidigen! Weiß doch selbst nicht! Kommst du rein, oder was? Am hin! Gefühlt nicht! Ich krieg, ich krieg! Oh. Oh, ey, ey. Oh, fuck it! Ich kann nicht bewegen. Oh, Maschallah. Lass mich vertreten. Oh, scheiße. Da waren Gegner. Da waren Gegner. Ich habe einen perfekten Panzer und Stamm, was ... Mein Squad needs air support. Gnehm mich, Truppführer. Haltet euch bereit. Einkommen in den B. Oh, jetzt haben wir schon ein Sparte. Ah, vielleicht kommen wir zu. Oh, nein. Ich bin hier. Oh, nein. Ich bin hier. Wie langsam liebe ich den Cash-Hook-Zaun, wenn er kommt. Oh. Ach Junge, durch den Rauch. Das sind alle von dem Jaume. Hier. Ich kann eigentlich noch eine Granate reinwerfen mit meinem Gewehr. Dieses Gewehr, was ich da habe als Maverick, hat noch einen Granatenwerfer. Geil, oder? Wow. Nur so wenig, okay. Gewehr, 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 Gewehr. Alter, hör auf die Hälfte gegen die Scheiße. Das ist eine Waffe, Junge. Man kann es nur einfach leer schießen. Das ist eine Waffe. Oh, Trink-Munition. Hey, ist da ein Versorgung bei dir? Ach, Mann, Mann, was ist da? Ach, Mann, was ist da? Oh, Mann, was ist da? Oh, Mann, was ist da? Was ist da, Mann? Was ist da, Mann, was ist da, Mann? Hat er Schiss, um sein Panzer zu verlieren? Er hat ein Panzer, Junge, wollte ich noch sagen. Ja, er ist nicht ein Panzer. Können die sich mal verpissen? Ja, er ist nicht ein Panzer. 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 Oh, hinter! Hinten auch noch! Ach, Mann! Jetzt noch nichts hier. Oh, Panzers. Oh, Mann! Ja, er ist nicht ein Panzer. Ah, er ist nicht einfach so... Ja, guck mal, diesen einen Poké ist eine Bitch hier. Ich glaube, das ist A. Natürlich kann ich hier nicht sparen. So, kann ich sparen. Oh, das ist ein Panzer. Ah, nee, 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 nee. Wir haben uns gelesen. Was ist das? Halt... Gibt's noch keine... gibt's noch ein bisschen... Ja. Okay, nice. Da hat sich ja schon Zeit gegeben. Wenn wir nicht unternehmen, verlieren wir Ziel, Anton. Du hast ihn jetzt hier, Anton, aufgedreht. Alter. Wir haben kaum noch Zeit ab. Das sieht nicht gut aus. Alter, das ist nicht so... Das sind einfach nur noch Gegner hier in diesem Bunker. Bei A ist das nur noch eine Bitch. Ja, wo sollen wir noch reingehen? Wir haben hier schon erobert. Ja, wie soll das erobern, Junge? Ich mach da Granaten rein, fertig. Ich bin mir nicht, ich lande in die Todzone. Ja, ich hab keine Granaten. Ich hab nur eine insgesamt. Wir haben nur insgesamt nur eine. Denkst du, ich... Denkst du, ich... Ich würde jetzt einfach so Angreifer werden? Ich bin mir nicht mehr. Ich habe keine Eltern. Ich hab nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr. just ready. Ich hab mir das nicht verhofft von da, ja. Ja, ist so. Die pempten diese Scheiße richtig hart vorab. Moment. Da ist schon ein Panzer und eine Bazooka. Was kommt denn noch? Nochmal den Panzer. Hier tausend von Menschen. Das bräuchte ich auch noch. Was können gegen ein paar Scheiß-Kämpfers anrichten hier? Nein. Ah, kommt ab und. Das Gewehr oben. Dröhnen wir uns sehen! Endlich wird AO, bald. Endlich, Junge. Borde auch mal Zeit. Das wurde mal Zeit, Junge. Der Feind hat jetzt mehr so in Assen zur Verfügung. Ach, endlich. Falls die restlichen Besten alle in diesen Sektor hauen. Ach, endlich. Vielleicht. Oh, hold. Oh, running... Und... 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 Und, und. Und, und... Und, und... Und... Und, und. Von... Und das ist ein Kasich... Wir haben aber zu wenig Männern, wobei der Kugel nicht ist. Ich weiß. Natürlich ist ein Sniper. Wäre auch egal gewesen, wenn er krank wäre. Aber schon dann. Oh, das sieht aus wie ein Sektor an für uns. Ja, okay, das war ein bisschen schwer. Wir könnten ja auch mit denen rausnehmen, dass das nicht das nehmen. Nö, konnte vergessen, mich einfach wegzuschießen, konnte vergessen. Oh, das war so gut. Oh, das war so gut. Ich hab die einfach weggeflankt dafür. Aber eigentlich wollte ich den Haften noch mitnehmen. Aber das ging auch ein bisschen. Uh, Flammenwerfer. Schau. Alter, okay. Behasen da auch. Wie wird's gespielt. Gegner. Ja, ich seh's. Und... Alter. Was ich eins hasse, ist der Kronter zu der Rehe. Das eine Ding, was ich am meisten hasse, ist der Kronter zu der Rehe. Das eine Ding, was ich am meisten hasse, ist der Kronter zu der Rehe. Wir haben kaum noch Leute, das ist nicht gut. Ja, ich seh's schon, dass die Kronter gerade noch haben. Alter, können wir unser ficken Flugzeug mal Leute von ihnen töten, oder schaffen die sich die blöd dafür? Ich weiß selbst nicht, ob die besten Piloten sind, oder die schlechtesten Piloten sind. Deren Flugzeug sind unser halbes Gott, und die schaffen gar nichts. Ich hab das Gefühl, dass du die saven mehr als die Flugzeuge. Am meisten haben wir noch nicht mal eine Flakgeschütze. Oder irgendwas in der Art davon, um die Flugzeug wegzumachen. Kronter zu machen. Oh, ne. Hier ist ein Sniper Alter, hier habe ich das noch überlebt Okay, das habe ich jetzt nicht überlebt, das weiß ich jetzt Aber da haben so viele von hier noch Also man kann die ganz kurz reinflagdenken da Ja Komm schon, dass ich mich schüttchen trage Zum Glück Ooooooh, komm schon Ich始pate Ski 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 Ich kann das nicht Ski Ski Die Ich muss das nicht Ski Junge 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 Haben wir verloren Mhm Egal Egal Was denn? 26 Kills Und 20 Tote 31 Und 22 Ich darf für diesen Sniper nicht schlecht die Werte Alter jetzt kommt dieser fucking OneDrive Bullshit wieder Boah Ah die Wachen die man nicht so richtig gut aus der Hälfte schießen kann Mhm Shotgun Shotgun Ah da ist dieses Ding Oh ja Okay Was denn? Schön dass man diese Waffe Nur was du weißt Dennis So eine kleine Ja Nach der Runde hier ne Ja Du weißt dass am Sonntag bin ich du weißt bisschen weg Okay Wollen wir dann später weiterspielen Sie sind in unserem Sektor Verteidigt die Ziele Also von Wann Wolltest du jetzt damit sagen? Was denn? Zwei 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 Wenn wir in die Stunde brauchen. Also von 21 Uhr ist sowas. Aber da würde ich ja auch noch schlafen gehen. Dass ich noch so... bisschen fit bin für Nachschicht. Scheissrottmüller. Warum ziehe ich keinen Funk auf der Map? Das sind nur B und A. Den will ich nicht. Achso. Hat Sinn. Die will... die will noch kommen. Das ist der Modus. Ja. Ich hätte nämlich Bock noch... aus dem Finder ein bisschen... Barotoma. Können wir machen. Ich kann heute auch nicht lange. Ich habe morgen gearbeitet. Ja, okay. Ja. Schau. Okay. Ja. Panzer. Weiter Panzer. Okay. Die LMG kann man auch nicht so richtig gut ausschießen. Sehr scheiße. Aber ich versuche es trotzdem. Oh Gott. Ja. Ja. Und die Bordahl. Oh Gott. Ja. Ich gehe dann um die Schuze zu gehen... Ich gehe dann um die Schuze zu gehen! Nein? Um die Schuze zu sein... Ja, irgendwann an der anderen Seite peinchen da drauf... Das ist ein üblich heftiger Feuerrad. Das muss ich schon sagen. Oh, da ist noch einer da. Äh, die ist unten. Niklas. Danke. Danke. Also, ich er saufe. Das ist doch kein... Das ist doch kein Standard-Skin. Das ist doch kein Standard-Skin. Das ist doch kein Standard-Skin. Alter, wenn ich unter Wasser drunter spreche, es hört sich an, als würde ich ersticken. Das ist doch kein Standard-Skin. Geil. Guter Touch, da vorne. Das ist doch kein Standard-Skin. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Ah, der ist ja scheiße, da ist ja nicht so... Ufff, ja, ich bin ja auf. Achtung, wir verlieren Ziel Werther. Schlimmer Werther wieder. Oh Gott. Hm? Schlimmer, ich schlau. Schlimmer, schlimmer. Schlimmer, schlimmer. Schlimmer, los! Schlimmer, los! Ach! Ach! Ach, Junge! Alter, wo campen die denn überall? Hinterhäusern und mischen. Ach, überall schon wieder. Hey, Bertha wieder. Da ist noch jemand ein Dünner. Da ist noch jemand ein Dünner. Da ist noch jemand ein Dünner. Oh, das ist weiter. Da ist noch jemand ein Dünner. So, siehe. Achtung, wir verlieren Zielwerfer. Gut. Gute Arbeit. Wir haben uns Zielwerfer geholt. Ist er schnell? Steht da! Schuss. So! Wo ist denn der hier jetzt? Da ist der hier. Jetzt seht ihr schon an hier im Panzer. Und da auch. Ja, aber da hat er mich auch gesehen. Schöner Panzer. Hallo. Alles klar, als ob die das überlebt haben. Als ob die schon gleich fast tausende von Chipsen schon überlebt haben. Ist ja klar. Eine Person kann schon gleich, weil ich jetzt nicht so 20 Kugeln aushalten. Von den verkackten MG. Ist ja klar. Schöner Panzer. Zurück! Dankeschön. Ausgeschaltet! Hab ihn? Was? Ich brauche Heilung, unbedingt. Und was auf das Land ging. Ja. Oh. Na, D.A. Oh. So. 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 Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Oh... Au... Was ist denn? Vita... Flugzeug! Kein einziger Melek Ne, wir haben nur noch die ganze Seite zieht Au... Und die haben wieder einen Panzer irgendwo rumgestehen Ah, wir haben einen Sprenglanzen Kann ich... Ey, das ist nicht euer Ernst hier Warum... Warum hat das jetzt kein, äh... So Lanzen... Also einen, äh... Sprint dafür gemacht Dankeschön, Spiel Das ist nicht euer Ernst Jetzt kann ich Party spawnen, nice Die hatten noch irgendwo... Oh, ich sehe dazu noch meine Panzer oder? Ach... Junge... Wir verlieren Zielmärter! Ich höre irgendwo noch ein Panzer in der Nähe. Ja! An alle Einheiten! Zielmärter ist für uns verloren! Das sind zwei Panzer von denen. Thomas, geh mal! So! Hat sich gelohnt! Kämpfer Shotgun! Oh! Uff! So! Oha! 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 Was ist der Benjamin Tengel? Blocken Denix Da wollen die Panzer kommen Unsere Panzers oder deren Panzer? Nein, die anderen Panzer Was ist da an denn? Kaffe Jetzt mach ich mal selbst einen stationären Flack hier Das kann nicht sein Das hier Da ist sie Ich sehe den Panzer Hier Ah, okay Jetzt erklärt schon mein Gott Oh mein Gott Boah, den Korn hat man Ist da wieder? Wie viele von denen haben wir noch? Unendlich davon Wir haben die Landung verloren Ich bin weggekehrt Dann ziehe Ich bin weggekehrt Ich bin weggekehrt Ich bin weggekehrt Was ist das? Das ist so. Hand ist mal aufhören Danke Okay Okay Junge So viele Sektorenangriffe Kann man die Dauer nicht haben Alles klar Einfach so einen kleinen Camperficker Was denn? So einen kleinen Camperficker hier, so bei dir Pardon Oh 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 Das sind auch schon wieder zwei Panzers hier Und dann ist das eine das Er überrascht mich fast gar nicht Ja Wir haben den Fall bis auf 50% seiner Truppen dezidiert Ja Ja Ich bin aber verstaunt wie tausende von Panzern hier herkriegen Das stimmt auch, ja Da muss ich keinen Einzelnen mit uns rumfahren Ja ich Weil alle entweder hinten sind und zwar mit uns Weißt du wo ein Panzer ist? Bei der andere Station Oh Oh ne 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 Einer von uns ist doch in der Nähe davon Wie ist genau noch ein Panzer? Oh ja aber ist fast kaputt Warum habe ich gerade Sturm gesagt Lippe Ich habe keine Sturm gesagt Spiele Doch spiele ich ja ne Doch ja Das heißt ich war gerade am Sniper noch gewinnt Leute Er wollte einen schon fast zerstörten Panzer zu killen Wo keiner drin ist Ja Und dafür berichtete sich selbst mit der Sprengwand Okay 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 Warum geh ich eigentlich auf der Zeit um die Pässe und auf der Zeit um die Pässe und auf der Zeit um die Pässe Alter Ich spawne gerade erst Das Ding ist mir müssen jetzt optimal Oh der spielt auch mit dem Aua Aua Fing Ich muss jetzt sagen Ich bin die Scheiße damit Ich weiß es selbst schon auch Aber Was kann ich dann noch machen Außer an in der Ferne zu spielen Alter Alter ich muss mal fangen die sind da unten hinter der Base Das kann ich nichts mehr machen eigentlich Junge Mal Wie viele Panzern haben die Oh Mann Ich hätte den Titel umbenannt zur Bridgefield. Also E3 losen Titel, die nicht mehr leben, Alter. gleich gras anfassen xd 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 Man, man zieht den Scheiß ein Ticke mit dem Schläge. Der Brot ist so scheiße. Wenn wir nichts unternehmen, verlieren wir Ziel Anton. Wo ist sie? So. Ich habe eine Panzerbüchse bei mir. Ich habe eine Panzerbüchse bei mir. Ich habe eine Panzerfaust. Als ob das ein direkter Treffer war von Panzerhaus. Das ist komplett bull. Ich habe eine Panzerbüchse bei mir. Ich habe eine Panzerbüchse bei mir. Panzerbüchse bei mir. Ich habe eine Panzerbüchse bei mir. Ich weiß nicht. Kann nicht mal. Ich habe eine Panzerbüchse bei mir. Boah, sie sind rausgegangen. Das sind zwei Panzer. Das sind schon drei Panzer. Ja, solltet ihr ihn machen. Unsere Panzer können nichts und die sind überall. was sind die panzers hier haben wir einen panzer gefühlt nein gefühlt nein haben wir nicht da ist nur ein panzer und der ist so weit weg von uns natürlich noch mal ein panzer das sind nicht mal drei panzers gefühlt das sind schon mehr fünf zwei panzers wo ist der zweite panzer ist jemand dumm rausgesprungen denkt sich einfach so ja ich lasse einfach mal ein panzer da liegen wird dir niemanden klauen 145 kms brauchen wir ja kannst du schön absparen kannst du schön absparen 141 kms wenn wir ja nicht schaffen also kannst du wieder sparen 139 kms brauchen wir diese zeit Wir verlieren Ziel, Anton. Alter, jetzt kommt das Ziel schon wieder. F*** euch doch. Lass mich doch mal spawnen und einen Kill machen. Das regt doch jemand so ab, Alter. Er hat eigentlich noch das Gefühl, dass sie ihn noch nicht mal rachen können. Wenn da jemand sagt, das ist überhaupt nicht so ein Ration dafür da, da kann sich jemand einen da schwischen. Ja. 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 Geiler Scheiß. Wir müssen diesen Sektor verteidigen. Selbst den Sektor verteidigen müssen jetzt. Die Tätten bringen auch nichts, richtig geil. Komm, gib mir einfach Nachschub hier. Ich stehe gerade so ein bisschen gebildet. Was ist denn? Ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. Wie die schon Artilleriefeuer machen, schon auf diesen einen Typen. Das ist ein ganzer Squad voller Freunde hier. Der Angriff hat sich selbst weggeschmissen. Patzer-Pause. Geil. Wir werden es noch mal sehen. Wir verlieren Ziel Anton. Wir haben Ziel Anton verloren. Wir haben hier. Wir haben hier. Wir haben hier nur einen Anzug. Ich probiere mal eins auf die Tür zu laufen. So. Junge, als ob die schon gleich schon... Machen? Wenn ich noch einmal sterbe, ins Spawnen, also ich wegspitze. Oh, natürlich kommt der Sektor in der Terrain. Okay. Auch welchen zu welchen Spawnen. Hey. Das ist meiner. Oh, ne, so warm ist meiner. Das ist meiner. So, direkt mit dem Spawnen drücken. So. So. Wo ist denn die Klappe? Ja, wir haben kaum noch Leute. Wieviele Raketen... Schmeißt der Timo... Wieviele Raketen. Wieviele works, die sind nur noch. Wir haben kaum noch Leute. Wir haben kaum noch Leute. Wir haben noch unter Leuten. Wir haben noch unter Leuten nur noch. Wie viel zuskwwen ist, die sind nur noch Leute. Oh Gott. Oh Gott. Das war ein Mist. Das war ein Fehler. Fuck. 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 Ist das genau. Dieser Sektor ist verloren. Du musst uns in ihr Rückzug. Fuck. 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 Ich will nicht noch mehr verteidigen. Wir haben nur noch verteidigen, Junge. Aber wie viel? Wo kommen wir jetzt raus? Hier? Ja. Ja. Du denkst du das ist spaßig immer so die ganze Zeit respawn und dann getötet zu werden? Denkst du das ist spaßig für mich? Oder gleich schon von den fucking Bomben direkt auf die Fresse zu kriegen? Oh Gott. Oh, entisch. Oh. 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 Oh, entreten. Oh. Die Reihen des Gegners lichten sich. Weiter sohn. Die Reihen des Gegners. Die Reihen des Gegners. Oh, da ist ein Panzer. Oh, da ist ein Panzer. Nee, da kannst du mal. Kannst du knicken. Kannst du knicken. Da kann ich ein Flash und es sollte mir mal einen Bomben schieben. Wenn ich dann noch einen Panzer sehe. Da ist ein Sniper. Habt's ge-Dodge. Ich hab schon wieder einen Kackenpanzer. Aus dem Nix. Alles klar. Die bleiben weggeschossen. Alter, Alter. Ja, das war ne Atom- Drohne. Ja, diese V1, die ist... Das ist... Das ist... Ich werde einfach wieder zurückzumachen. Ich werde jetzt nur Geld verdienen. Oh, meinst du's an. Die ist nicht so schlecht. Äh, bei Medix sind diese scheitiggedeppte... Semi-Auto-Rifle... Die machst du... Mit zwei Hitschen und jemandem tot. Und sie ist schall gedämpft, schall gedämpft, zwei Hits braucht es nur, das war's. Das ist ein semi-auto in Ralf. Oh fuck. Alter, warte mal, ich, ich kann, Junge, ich wollte erst mal, dass es abbrechen, dann macht, dann brecht es ab, dann macht es, äh, wird es wieder. Ich kann mal sagen, wie diese Waffe heißt, äh, die, die nennt sich, Kommando-Kabin, äh, Kabin, beim Medic. Kommando-Kabin. Und die Kugels sind immens schnell. Als du siehst, die fast gar nicht mal richtig kommen. Kommando-Kabin. 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 Kommando-Kabin, wir können natürlich nur verlieren. Trifft doch! Der Kreuz hat das letzte Ziel erreicht. Bruder, trifft doch. Ich hatte fast die gekriegt. Die Kommando ist doch nicht so ein Scheiß. Ist die Mieter bald weg. Wir haben Ziel Anton erobert. Oh, Junge. Erstmal betäubt und dann noch so von einem Scheiß-Panzer getötet. Ist ja klar. Vielleicht noch mit dem Grafik der Flugzeuge sind Kamikaze-Betäub. Nein, nein. Ich habe sie bekommen. Nein, wir haben gewonnen. Alter! Okay, dann heißt es... Die Runde gegen fast eine Stunde. Für mich sind das schon so 4,5 Stunden. Nein, die Runde, die wir jetzt gespielt haben, gegen fast eine Stunde. Boah, 4 Stunden und 33 Minuten gestreamt heute. Okay, dann heißt es ein Stream beenden. Fick diese Community. Nee. Doch, fick die Community, Junge. 05-0-23-Hour-Filling, oder? Para meine Gedanken. Der ist eine Beideeineinheit. Ok, dann gehe ich die nächste Beideeineinheit. Der ist ein Beideeineinheit.